Musik Jo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA 5 Story. Ja, in der letzten Folge, da haben Franklin und Michael ja endlich Bekanntschaften gemacht miteinander und jetzt hatten wir gerade einen Anruf von Michaels Sohn, der wohl irgendwelchen Stress hat mit irgendeinem Boot oder was auch immer und tun wir mal schauen. Auf jeden Fall sagen die, oder sagt er, das wird er ja jetzt mal hinfahren. Also werden wir das wohl tun. Ja, das ist ja schon ein paar Hände. Leszen Nummer 1. Nicht immer haben Kinder. Ey, Mann, wenn ich Kinder habe, ich glaube, keine Eltern haben würde auf die Böden zu kommen, wer hat die Böden und wer nicht. Möden, Möden würde erlöser sein, wenn sie in der Böden sitzen. Möden, was das das Schade ist? Na, aber, du weißt, ich war ein Punkt. Mythologisieren, Selbstdeprecation. Ich weiß es gut. Ja, Mann, aber wo ist der Böden? Der Böden wurde geplant. Ja, es ist irgendwo an der Westerhöhre. Mann, nicht du was? Über mein Boot? Ja, ich bin. Aber du kannst immer noch ein Boot kaufen. Ja, erzähl mein Accountant das. Mann, du kannst immer eine Kredite für einen. Aber hast du gekommen, Repo? Nein, danke. Alles klar, Homie. Ich bin dein Homie. Ich bin jemanden, du willst du impressierst. Wirklich? Mann, ich dachte, du ist retired. Warum ich möchte, dass ich einen Slipper-weinigen? Weil ich noch ein paar Dinge kann. Vielleicht hilfst du dir die Tür zu all den Freien, die boote-relativen Problemen enthalten. Hm. So, schauen wir mal, was das mit dem Boot auf sich hat. Oh, da ist es ja. Hehehehe. Das ist mein Boot. Dein Boot ist in eine fucking hurry, Mann. Ja, wir werden ihn fangen. Guck her, du. Oh, nee. Fährt wie ein Henker. Oh. Oh. One. We have a plan? Sure. Once I get us up close, you're the board party. Yo, Frag, spring auf da. You'll be fine. Anything happens, I got a piece in the glove box, I'll cover you. Oh, yeah, man, fine. Just fucking fine. So you thought of everything, right? Well, he said you wanna learn the old way doing this. You won't do it. This is the old thing. What the hell's name? I'm not here from on that, get me near the damn boat. And I don't want your death on my conscience. Er hat's geschafft. Sehr geil. Hat ihn erst mal runtergeschmissen. Sehr geil. Können wir nicht auf die Reifen schießen? Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall hab ich die Reifen getroffen. Yo. Vielleicht gepanzerte Reifen oder was? Keine Ahnung. Oh yeah. Geil. Nö, lass ihn mal da hängen. Dich selber zuzuschreiben. Sehr geil. Nur noch Franklin abholen. Guck, los, spring. Oh no. Oh no. Well, that doesn't sound good. Damn, that's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing. Don't break down, not yet. Ah, my fucking boat! Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back there, dog. You drivers there? We can get the ride fixed. So'n Mist. Eww, sieht aus, als wenn wir das erstmal als Auto reparieren müssen. Hm. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, would you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader. I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough! All right? Enough! Hey, Franklin, can you call me a cab? Sure thing, man. Hey, I need a cab, as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. Hau doch ab, dawg. Thanks, man. Hey, so you, uh, du Mux Yadde? Not anymore. No, I don't. Before I mean, man. Nah, nah, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with. You know? I like looking at it. Looking? Yeah. I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. Get it clear in my head, you know? Let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to feel your time. Dream other dreams, man. Yeah, sure. Whatever. You want to go left, here. So, noch 600 Meter, sind wir da. Uiuiui. Aber das ging auch mal ein bisschen, bisschen einfach. War einfacher, als ich gedacht hab. Und jetzt, äh, reparieren wir erstmal das Auto und dann gucken wir mal weiter. Hey, this is the place up here. I know this dude, man. His name Howe. He gonna look after. Alright, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? So, you sure you're good? Yeah, I got this. Uh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man. Drop it back off at your house along with this dude. Uh, it's all good though, man. You go and get your head right, alright? Alright. Listen, thanks for today, appreciate it. You start back out to the house, we'll talk. Ugh, you see? Show, man. Hey, sorry, we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Come on, man. Let's get in there. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you. Talk. Good to do. Good to do. Good to do. Sweet. Oh, shit. Haha, das wollte ich gar nicht. Ja, rein da. Oh, nee. Ach, das ist repariert. Okay. Ach, dann war doch alles gut. Jo, dann bringen wir das auch nochmal zurück. Ich nehme dich nach Hause. Es ist Franklin, oder? Ja, Franklin. Oder der Kredite für unser Gott. Der Home-Invader. Du weißt, was du möchtest, was du möchtest, Mann? Ja, ich... Nein, ich meine... Sure. Jimmy, ain't it? Or James. Jimmy? Or just, like... Jizzle? Nah, man. I'll just stick with Jimmy, homie. So, uh... What's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership, and someone steals my whip, and Pop is all like, he's been down there to talk to you guys. Yo, Pop's did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gon' tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired. Like, fully? Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, nah, man. Well... Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done, we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by... That's cool by me. That's all that stuff, before we go out and come. I'm sorry, my dad lost to your job. It's hard out there. Tough. Shit! I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's iron, huh? No, I, uh, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play right to slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or, or we could just, like, choppy, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude. I get real crazy. Yeah, I got your number shit I needed, man, but, uh... Hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog. Alright? Alright, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, cause my mom was kind of a skank back in the day. See ya! Yeah, whatever, homie. Peace! Oh yeah, what a Pfeife. Bestandenen Vater und Sohn. Jo, dann denke ich mir, dass wir mal zu diesem, äh, Fragezeichen fahren. Das war ja auf jeden Fall schon mal ne geile Mission. Und alle schreiben hier. Wir machen erst mal das Fragezeichen. Schnell mal da in Ballad. Oh ne. Hau doch ab da. Oh, Simon. Hey, you got a lot, homie. Hey, look, man. Look! You were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, a dude had a gun in my head. No loyalty. No integrity. You should have taken a bullet. My business. My totally legitimate business. You are fucked, my boy. Fucked. Ja, der freut sich ja sehr über uns. Sehr geil. Ich mein, war natürlich auch nicht so sehr, so geil in sein Geschäft reinzufahren. Aber als auch jetzt, was man nicht alles tut, wenn man eine Waffe im Kopf gehalten bekommt. Hau doch ab da. Meine Güte. So, dann schauen wir mal wegen dem Fragezeichen da. Geh doch weg da. Ach, die da. Schauen wir mal. Was willst du denn? Komm her. מה you're talking about? Tanya. Ain't nothing wrong with me, nigga, shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is J.B.? Smokin'. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yes, whatever. J.B., look, J.B. is gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything, and you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about touring cars? Look, it's easy. If J.B. can do it, you can do it for fuck's sake. Was will ich? Geht zum Abschleppwagen. Die hat doch irgendwie einen an der Pfanne oder was. Die hat doch wieder irgendwelche, die hat doch irgendwelche krummen Pläne. Was macht es, Mann? Was macht es, Mann? Vehicle 29, komm in, das ist Dispatch. Wir haben eine Abandone-Aberhafte auf San Andreas Avenue. Wir sind da wie ein Mä-Mä-Mä. 10-9, komm wieder? Ich habe das nicht. Das ist Tanya, fool, und mein Freund, Franklin. Wir sind in für JB. Copy das. Hi, Tanya. Car's a Junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A Bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss. Yo, gain sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back and you know I make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? Weires! He was gone to you. He was on w 스�ishesopsie-Mai. He was the son of the son of the son. Just sollte man this. The son of Kyuun. What is he? Toàn 54-2018 könnte tags кон Dromāk dr leave.